Ich nehm mal an... Ach, noch einer? Gehen wir mal nach unten, oder? Oh, wo bist du versteckt? Wo bist du versteckt? Na da. Nummer 3. Ich hoffe, wir haben uns jetzt alle gefunden. Ich hätte auch mal einen Hamster. Ey, wir haben echt vieles gemeinsam. Und Diamanten. Schön. Da unten gibt's auch noch Munzen. Äh, Diamanten. Ich schnapp mal uns natürlich alle. Na komm. Geh mal nach unten. Hier kommen wieder diese Geister. Aua. Hör auf zu lachen, Biertsch. Wo geht's hier lang? Vielleicht kommt man davon irgendwo runter. Juti. Hoch mit dir, Rayman. Ey, 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 ey. Hä, was war das denn? Oh, verwirrend hier alles. Meiner ist größer als deiner. Äh, was? Vielleicht. Aber meiner ist länger als deiner. Die Fanda wird sogar meine Nase berühren. Was? Was? Könnten wir vielleicht aufhören, über solche Sachen zu sprechen? Alter, wie... Aber wann ist das Spiel? Ich guck mal auf die Verwaltung. Ab Null. Alter. Ich glaub's ja. Mann, Mann, Mann. Bin ein bisschen empört jetzt, sehr ehrlich gesagt. Ich hör' noch einen. Ich hör' noch einen. Ich komm' gleich. Chill' mal. Scheiße. Hilfe. Ei, ei, ei. Nein, das willst du doch gar nicht. Okay, das Hilfe sein... Äh, das Hilfe wird lauter. Muss ich ganz nach oben? Ach, nee, da. Okay. Ach, und da oben ist auch noch... Boah, wie viele sind denn hier versteckt? Nummer 5. Gibt er uns? Stimmt, wieder Diamanten. Ja. Dann... Sollen die mal kurz weggehen? Und dann schieße ich da oben den noch ab. Also ich mach' das mal lieber... Oder kann... Komm' ich da so? Ich verrih' grad. Oh, ist das komponiert. Alter, alter, alter. Nee, das wird nix. Scheiße. Das wird nix. Dann betätigen wir nochmal den Gong. Nein. Ei, ei. Scheiße, scheiße, scheiße. Verpiss' nicht, verpiss' nicht, verpiss' nicht. Stimm weg! Stimm weg! Ist der weg? Ja. Kommt der weg. Okay. Nein. Nein! Ist die Akkise doof? Knapp in! Ist er wieder weg? Bitte sag' ja. Bitte. Oh Gott, hier ist man überhaupt nicht sicher. Okay, das wird aber jetzt was. Was ist auch für Geräusche, die Rakete macht. Ist nicht normal. Jetzt komm' ich bestimmt an das 4 ran. Jo. Nummer 6! Boah, jetzt haben wir fast so viel Leben wie so ein Endgegner. Und wieder Diamanten. Schön. Da freut sich der Harry. Ah, ich bin auch happy. So, das scheint's wieder gewesen zu sein. Ja, mal gucken, wie viele Punkte. Was soll ich dazu sagen? 66 Prozent. Und, äh, positiv denken. Hey, hey, habt ihr Lust am Samstag auf die Gong-Party zu kommen? Ich würde gerne, aber ich glaube nicht, dass mich Papa lässt. Er ist gleich 3-2-Moment. Gong-Party. Wüsstet ihr doch gar nicht, was ihr machen müsst. Äh, ja. Ich verabschiede mich schon mal. Und was soll ich denn jetzt machen? Scheiße. Scheiße. Scheiße, komm ich hier rüber? Scheiße, komm ich nicht. Okay. Hm. Oh, Mann. Was haben die denn für Nasen? Also die Leute hier, also die ganzen Fischer in dem ganzen Spiel hier haben immer alle so komische Nasen. Selbst Raymond. Oh, Mann. Diese Musik macht einen verrückt. Bistisch! Wolfgang, hier sind wieder komische Gestalten bei uns im Wohnzimmer. Dann ruft den Kammerjäger, Heinrich. Wie viele? Junge. Die hören doch überhaupt nicht auf. Was lasse ich wieder für eine Spinne? Ich hab nochmal nichts. Boah, das nervt jetzt wirklich langsam, Leute. Ich muss doch hier nicht auf euch aufpassen. Das ist ja nicht nur normal. So, mit mir. Ich hab's ja eklig. Verpisst euch. Verpisst dich, hab ich's gesagt. Mann, nee. Mann, nee. Kage. Brauchen Ei. Ach, da sind die euer. Dum, dum, dum. Oh, mein Gott. Die Geister kommen nicht hoch. Doch, die kommen bestimmt hoch. Sicher. Dum, 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 dum. Ei, 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 ei. Was war das denn? Och, ey. So. Nochmal. Okay. Aufpassen. Also hier ging's schon mal richtig lang. Hm, da, da. Dann auch hier. Und hier bricht das bestimmt wieder zusammen, oder? Nee. Und hier. Alter, woran soll ich das denn erkennen? Ei, 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 ei. Oh. Kage, ich weiß nicht, wo lang. Wo war ich da? Wo war das denn? Das war doch... Nee. Oh, ich hoffe, dass wir hier bald draußen sind. Ich will wieder Hoodlums haben. Die Hoodlums waren cool. So. Ich glaube, jetzt haben wir den richtigen Weg gefunden. Nee, das sieht aber auch nicht richtig aus. Nein. Ha. Gut, dann weiß ich wohl lang. Easy going hier. Hint schon mal verkackt. Nee. So, weiter. Hier geht's... Hier geht's nicht weiter, aber da ist ein Diamant. Dann denke ich mal, wir müssen runter. Oh, nee, nee. Haben die Langeweile. Okay, hier ist Waldmeisterfluss. Mal sehen, wo es da lang geht. Hallo? Ah. Meine Güte, wie viele Punkte. Äh. 4.870. Geil. Cool, jo. Wie geht's hier lang? Noch mehr Punkte. Und noch mehr Punkte. Ah. Ja. Schön. Dann doch mal. Sind die jetzt hier weg? Doch, Tatsache. Die sind weg. Hä, wo sind denn die jetzt hin? Hm. Soll mir egal sein. Oh, da steht schon wieder so'n Fuzzi. Schon doll. Aber eins. Ich muss los. Pipi machen. Pipi machen. Ja, jetzt wüssten die. Der sagt bestimmt auch noch, ob's Töpfchen gehen. Aua. Seit Evelyn tot ist, fühle ich mich so einsam. Oh. Höh. Komm, geh ab. Geh runter. Ey, hallo? Fuck it, fuck it. Bitte geh ab. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Was ist die Globox überhaupt? Äh. Wer ist er? Oh, nicht schon wieder. Oh, Mann. Wie soll ich denn gegen einen Knarren gewinnen? Hey, Raymond. Ach, da ist er ja. Hier bin ich. Ruhe. Raymond. Uhu. Ihr Anführer, oder? Ich sagte Ruhe. Ich bin auch kein Knarre, du Trottel. Willst du wirklich, dass du ein armlohnest Würstchen, die du eine Chance hast? Nein, Molly, ich bin sicher, dass dein Freund in der Arena erstrahlen wird, sobald Reflux ihn in Brand gestellt hat. Reflux. Der Kampf möge beginnen. Ach, du Scheiße. Wie soll ich das denn anrechnen? Weg. Oh, da sind Dosen. Boah, Alter. Der ist irgendwie ein geiler Zauber. Tauchen wir mal ab. Gucken wir mal.